sie kriegt war und wenn wir tassen so fordert wochenende hast du mal geplant bei media oder irgendwas das müssen die maps sein hast du eigentlich mal verkauft hat nur 0,04 cent da kriegst du nix für oder zwei cent oder drei cent und ob das jetzt rumschimmelt im inventar oder verkaufen meistens verticke ich immer nur die sachen die doppelt ab ich werde erstmal die die militärmetze da verkaufen wenn die kommt auch blöd musste erst dann machen wir öfter mit den scheiß da machen wir öfter mit den scheißkisten weil ich jetzt der sei ja nicht scheiße aus der abschluss also kannst du auch bei mir aufräumen kommen also so viel ist hier nicht zum aufräumen aber ich muss morgen wieder aufnehmen mit dem anruf passt klappert denn hier so die unsichtbare kante geklatscht du bist du auch ich jetzt da ist auf jeden fall eine unsichtbare kante unten oder geklatscht wieder zurück Ja, der war nicht schlecht, der Schlag, ja. Fast im Eingangpunkt wieder. Jetzt. Ich. Es läuft, es läuft, es läuft. Richtung bedienen. Ich werde morgen jetzt mal auspennen versuchen. Ja. Schlappt dich immer. Also bis halb zwölf werde ich pennen machen. Naja. Das schaffe ich nicht. Ich schon. Ich könnte auch noch länger pennen. Ich könnte jetzt bis sechs Uhr wach bleiben und ich bin hundert Proben halb zehn wach. Kann ich nicht mehr weiterschlafen. So nervig. Ich darf den Kind an, dann kannst du lange schlafen. Ich hatte auch mal eine Freundin mit Kindern, die auch nicht geputzt haben. Ja, die hat aber... Ich bin nicht. Das ist ein Unterschied auch, wenn du ein eigenes hast. Wenn du bei dir schläft oder daneben oder so. Das ist schon ein Unterschied. Ich bin ja auch mitten in der Nacht aufgestanden, um zu wickeln alles. Ja, eben. Aber es ist natürlich ein Unterschied. Ich habe das jetzt ein paar Mal die Woche nur gehabt. Und nicht... Ja, wenn du dir einen Tag machst, ist das schon anstrengend. Dann schläfst du auch irgendwann länger, das ist so. Weil du einfach kaputt bist. Das Problem ist, ich... Bandscheibe, Schmerzen, weißt du, dann denkst du es auch noch kommen. Ja gut, das habe ich auch manchmal. Dass ich dann wegen Rüttenschmerzen oder so, dann wache ich auch auf. Aber dann lege ich mich meistens irgendwie mittags oder so was hinten nochmal hin. Meistens. Ich denke mal, ich werde jetzt ausschlafen. Dann... Wenn ich nicht ausschlafen kann, bleibe ich auf jeden Fall erst mal im Bett liegen noch. Und dann werde ich streamen. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, meine Frau kann morgen Nachmittag irgendwo nach Hause sein, dass ich morgen, wenn ich mit dem Anno aufgenommen habe, dass ich... Dass ich vielleicht auch nochmal ein bisschen was streamen, aber mal gucken, weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie lange ich mit dem Anno mache. Ich meine, guck mal, was ich dann heute schon streamen habe, das waren drei Stunden Minecraft, fast dreieinhalb. Dann haben wir zwei Stunden Dings gestreamt, Players nur vor. Nach Minecraft haben wir jetzt insgesamt fünf Stunden gespielt. Ja, das sind TTT dann jetzt auch noch und jetzt noch Goldfeld. Also das war schon... Das sind schon einige Stunden heute dann gewesen. Ich werde mal machen. Fast ein... Fast ein... Zwölfstunden streamen. Können wir mal machen. Ne. Ne. Wirst du mich nicht zukriegen zu sowas. Ne, zwölfstunden würde ich auch... Ich würde wahrscheinlich gar nicht packen, zwölfstunden. Zwölfstunden würde ich wahrscheinlich schaffen, nur... Wenn ich das meine Frau sagen würde, ich mache einen Stream, der zwölfstunden geht, dann haut die mir die Fresse. Dann sag ich dir. Aber so richtig, mit Anlauf. Ja, das klappt. Ich habe auch Spaß gehabt heute. Und ich wollte das ja auch so machen. Das ist ja das Gute. Weil hier Surplanes macht auch momentan richtig Spaß. Weil da mal was anderes ist. Und... Ja, TTT sowieso eigentlich immer. Bis auf, dass da ein paar Runden ein bisschen öde waren irgendwie. Aber gut. Dann mag ich mich jetzt... Ja... Mit fünf Leuten ist das halt nicht so. Ist zwar auch lustig, klar. Wir haben gut gelacht zwischendurch. Aber... Ist halt anstrengend als Traitor, wenn du alleine bist. Ich habe es ein paar Mal gekillt. Komplett. War ich echt stolz auf mich. Gut. Ich play an uns wie immer. Zwischendurch mal aufregen. Ja, aber ich muss sagen, wir haben jetzt ein paar schlechtere Runden gehabt. Also, die Tage. Jetzt sind... Davor, die Tage sind wir immer... Haben wir mindestens drei, vier Kills gehabt. Na, dann war man das Third Person, ne? Nee, First Person war das. Echt? Jetzt sind wir ein bisschen... Abgeschwacht. Meine Güte, man hat mal Flaute. Ach, das ist ja auch nicht. Wie gesagt, dafür spiele ich so Ego-Shooter oder beziehungsweise so Shooter nicht so viel. Ja, sag mal so, ich spiele zwar Overwatch, habe ich viel gespielt, aber das kannst du nicht vergleichen mit dem Spiel. Ja, ich guck mal, weil ich morgen... Ich hab so viele Spiele, die ich jetzt eigentlich streamen kann, Ma. Ja, ich will auf jeden Fall eigentlich Sunstruck 4 machen. Sunstruck 4? Ja. Ja, hab ich mir heute geholt. Sunstruck, so ein Spiel, was ich früher in Jugendalter noch bezockt hab. Sunstruck. Das hat sich noch vor mir reingefallen, ne? Und? Und? Kitzeltruppe. da bleibt doch noch liegen richtig ja da sind Booster versteckt, sieht man nur nicht fühlt sich an, unten habe ich einen Booster gesehen ja wo bin ich denn richtig jetzt ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, Bernd, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und schlaf gut und bis, ja, heute Abend wahrscheinlich wieder oder sowas Zwei Sachen bekommen, Cowboy und Skelett